Heute schauen wir uns mal an, wie man einen Sling benutzt. Hast du Bock? Dann spreiz den Daumen ab und nimm die Sling über den Kopf. Hier haben wir Komfort 0%, weil das ganze Gewicht auf dem Nacken lastet. Dafür sind wir 100% ready, weil wir können rechts an der Deckung vorbeischauen und auch nach links wechseln. Dann mal den linken Arm unten durch, das wäre die nächste Position. Hier haben wir den Vorteil, dass es wesentlich angenehmer zu tragen ist, aber wir sind nur 50% ready, weil wir können nur rechts an der Deckung vorbeischauen. Links geht nicht. Linken Arm von oben nach unten durch, Ausgangsposition und jetzt den rechten Arm von unten nach oben durch, das Gewehr nach hinten und das wäre die dritte Position. Hier sind wir 0% ready, dafür haben wir beide Hände frei und auch vor uns ist alles frei zum Arbeiten oder zum Beispiel zum Klettern. Und so einfach kämen wir zurück zur Ausgangsposition. Und so einfach kämen wir zurück. Und so einfach kämen wir uns an der Deckung vor. Und so einfach kämen wir uns an der Deckung vor. Und so einfach kämen wir uns an der Deckung vor.